Hallo, ich bin Fynton Conady von der Band Anti-Age und wir drehen heute unser Musikvideo zu unserer, ich glaube, siebten Single No Sacrifice. Und wir schauen uns das mal an. Wir sind jetzt gerade am Drehset angekommen und wie ihr seht, ist da gerade ein Take am Laufen. Und da ist der Vito. Wir hatten richtig viel Spaß heute und ich hoffe, alle, die das Musikvideo sehen, haben genauso viel Spaß. Wir können ja mal nach Backstage gehen. Hier geht es in den selbsternannten Backstage-Bereich. Die Klempner sind auch schon da, sie haben nämlich die Rohre alle kaputt gemacht. Ja, hier ist unser Dressing Room für heute. Nicht so glamourös, aber immer noch besser als Rock am Ring. Du bist dreckig in der Fresse. Ich bin nicht so gemütlich. Ja, das Ding ist eine ganze Menge Kursse. Das Ding ist eine Wichtigste. Du bist nur noch nie, ich bin wachser. Und ich habe das Ding ist ein. Wir müssen die Bühnen verletzlichen, Einmaler Geist ist ein. Ich gehe rum und stelle euch die Menschen ein bisschen vor. Das ist unser Sänger, K. Der singt heute eigentlich. Und, ach, wer ist denn da? Na, wer sind Sie denn? Hallo? Was ist denn Ihre Aufgabe am Set heute? Wenn ich das wüsste. Danke für Ihre Auskunft. Ach, noch eine bekannte Gestalt. Hallo, was machen Sie am Set heute? Filmen. Filmen? Das wollte ich eigentlich auch machen, aber ich muss Gitarre spielen. Verdammte Scheiße. Fuck my life. Wen haben wir denn hier? Ist das denn der Mr. Lestat? Was ist Ihre Aufgabe am heutigen Drehtag? Rehessen. Der Mr. Lestat hat sich vorhin ein halbes Rehkitz aus dem Rücken geleiert. Das hat er natürlich jetzt verspeist. Die Nächsten. Hier sind noch mehr Menschen, überall Menschen. Guten Tag. Guten Tag. Was ist Ihre Aufgabe heute? Wie heißen Sie? Ich bin der Kuss auf Gleis. Schon ein Tildo dabei. Und das war es auch schon wieder vom Status Report. tes aspirations. Die Nächsten. Die Nächste. Hi, ich bin's, Finten-Connedy. Und hinter mir, überall, sehen Sie, Leute bewegen sich. Also, das heißt, die Leute arbeiten. Ich lungere wie immer. Du machst ja wieder gar nichts. Ich muss jetzt langsam hier wieder anfangen. Das war ein kleines Making-off zu unserem neuen Musikvideo zu No Sacrifice. Unbedingt anschauen. Exakt. Und bis zum nächsten Videodreh.